Hallo, heute wieder beim Wandern. Heute sind wir in Tutsing. Wir machen heute die Ickerhöhe, wollen wir heute eine Rundtour machen von Tutsinger Bahnhof. Und vier Stunden soll das Ganze dauern und das machen wir jetzt. Heute mache ich mal nicht so einen Geschwaffe die ganze Zeit, sondern jetzt, am Ende, sonst nur Bilder. Bis jetzt sind wir eine halbe Stunde auf dem Asphalt gelaufen. Jetzt sind wir in den Ball rein, laufen jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde. Schauen wir mal, wie es ist. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, sechs Stunden später sind wir jetzt fast am Ende, gleich wieder am Bahnhof. Da geht es nach Tutzing, dann laufen wir nochmal fünf Minuten zum Auto und dann war es das. Ich muss sagen, die Route war richtig, richtig geil. Es ist absolut nicht überlaufen gewesen, außer natürlich die Ica-Höhe an sich. Da waren ganz viele Menschen. Aber diese Tour an sich, wir waren fast die ganze Zeit alleine mega gewesen. Also echt, echt richtig cool. Nee, also Fazit, kann ich sehr empfehlen. Wir haben jetzt statt drei Stunden sechs Stunden gebraucht. Aber wir hatten Pause, wir waren in den Biergarten. Also, ciao, macht's gut.